Willkommen zurück meine verehrten Forscher, ich begrüße euch zu einem neuen Part von To The Moon und im heutigen Part wollen wir herausfinden, was in der Vergangenheit um John und River bezüglich des Verhaltens von Rivers passiert ist, denn scheinbar leidet sie unter einer Krankheit und diese Krankheit scheint ihr nicht die Möglichkeit zu geben, sich emotional richtig einzufühlen, also sprich sie müsste empathielos sein, wäre jetzt die erste Diagnose, die man hier ansetzen könnte, wir wissen aber nichts genaueres, zumindest ist das nur von den Hinweisen, die uns Isabelle gegeben hat, was wir herleiten können und ja, dann würde ich sagen, rein da, hey, warum, oh, ich habe die falschen Tasten gedrückt, sorry, war ein bisschen confused, weil ich in letzter Zeit sehr viel Switch Online spiele und die Tastenbelegung von einem Switch Controller, also von dem Joy-Con, halt doch ein bisschen abweichen, beziehungsweise Pro-Con, als die von dem Xbox-Controller, okay, let's go, hmm, ich würde sagen, wir machen es so, so, das war dumm, das war sehr dumm, das war sehr dumm, eins zu viel, egal, Animorphous erhalten, Momentum aktivieren, yes, wir sollten uns die Notizen auch gleich nochmal richtig ansehen, wir haben ja einige neue Notizen bekommen und ich möchte herausfinden, was es da mit denen so auf sich hat, Oh, es gehen schon alle, ich bin doch gerade erst da, scheinen dir bei Partys häufiger zu passieren, ach komm, heb dir keine kindischen Scherze für Leute ohne Selbstbewusstsein auf, Autsch! Okay, lasst mich mal kurz in den Notizen schauen, also, wir haben erhalten Anja, äh, der verlassene Leuchtturm an der Klippe, dann haben wir erhalten Höhenangst, etwas das Johnny und River offensichtlich nicht haben, ja, und Animorphs, Johnny's Lieblingsserie als Kind, okay, Hm, Ein altes Animorphsbuch, Ein Glas eingelegte Oliven, Ich sehe Le Fromage, aber wo ist die Maus? Ist das eine Ratatouille-Referenz? Du redest ja immer viel Blödsinn, aber das ist bisher das Highlight des Abends, willst du nicht eher sagen, dass ich nur käse rede? Aaaaah, Oha, Dr. What? Wow! Das, Ich habe Schmerzen erlitten, aber ich bin der Joke-Person, also von daher, das war irgendwo witzig. ich würde mich super mitten hier verstehen okay ich denke ich muss jetzt in den norden gehen ach diese stimmige pianomusik mit dem wellenklang im hintergrund was immer mehr nicht wahr hey da ist ja unser brautpaar okay ich konnte nicht mit dem interagieren das war weird warum kann ich nicht mit dem brautpaar interagieren aber gut jetzt bekommen wir eine bunte erinnerung stattdessen fühlt es sich anders an ich meine jetzt wo wir die ringe tragen nein warum fühlst du dich anders also eigentlich ja ich denke schon wie fühlt es sich an es ist einfach anders wahrscheinlich nur die verantwortung ja natürlich nur die verantwortung verantwortung magst du den namen anja möchtest du sie anja nennen ich verstehe ja anja ist ein schöner name für sie hey komm mal her ich glaube jetzt sehen wir eine szene die es als die mit chieft mint karte gibt ja genau das ist keine gute idee ich werde stolpern und fallen keine sorge folge einfach meinen schritten das ist eine hochzeitsnacht die nicht jeder hat definitiv nicht definitiv sehr einzigartig aus mein hintern ich glaube du bist nur auf den fuß getreten sorry komm versuchen wir es nochmal so können wir das ambiente auch ruinieren an mir würde was ähnliches passieren von daher natürlich versprichst du sie zu lieben und zu ehren in guten wie in schlechten tagen bis dass der tod euch scheidet ja das tue ich möchtest du diesen mann der nun vor dir steht zu deinem ehemann nehmen versprichst du ihn zu lieben und zu ehren in guten wie in schlechten tagen bis dass der tod euch scheidet ja kraft meines amtes erkläre ich euch hiermit zu mann und frau meine damen und herren vor ihnen stehen mister und mrs wildes ok oha die hochzeit ja was dachtest du denn was das war ich hab's nicht so mit hochzeiten das ist alles flüssigkeiten sammeln sich in meinem auge ich wusste gar nicht dass du so sentimental bist oh sagt euch augen mal eigentlich meinen mund und da sammeln sich nicht nur flüssiges sondern auch festes das ist ein reizender gedanke vielen dank nil komm lass uns einen weg hier raus hinten all diese glückseligkeit ist selbst für dich zu viel ha nein ich mag es einfach nicht anderen dabei zuzuschauen wie sie fehler begehen frau doktor wo bleibt denn äh ihr der augenblick zählt was war das für ein drop Also, dass Dr. Rosalene das gesagt hat, das war heftig. Jetzt kann man natürlich erst mal fragen, was genau der Fehler hier sein sollte. Die Hochzeit. Der Bezug dessen, dass sie diese Erinnerung miteinander geschaffen haben. Man weiß es nicht. Oh, ich sollte mal schauen, wie es deiner Tante geht. Alles klar, Mom. Sag ihr, dass ich mich freue, dass sie gekommen ist. Mache ich. Bin so stolz auf dich, Joey. Joey? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ach, so ist mein Großvater. Er ist gestorben, bevor ich geboren wurde. Mom nennt mich manchmal so als Spitzname. Wie kommt es, dass du mir nie davon erzählt hast? Weil ich es besser finde, wenn du mich John nennst. Oha, nicht noch eine von diesen Großelternkindheiten. Wieso? Was hast du denn dagegen? Ich meine, über deinen Großvater erzählst du mir eine ganze Menge. Was? Stimmt doch gar nicht. Ganz wie du meinst. Notiz, Joey. Ja, die Joey-Notiz, die schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Johnny-Spitzname nach seinem Großvater. Ja, okay. Ich glaube, hier gibt es jetzt gerade nicht mehr. Aber mir fehlt noch eine Perle. Seht ihr jetzt übrigens, dass da schon wieder ein Glas eingelegte Oliven steht? Wait, habe ich schon mit dem Kuchen gesprochen? Ist es der Kuchen, der mir fehlt? Oder muss ich tatsächlich irgendwo anders hingehen? Nein. Ist auch nicht das Memento. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Aber wir können hier unten lang gehen. Also nehme ich einfach mal ganz stark an, dass hier unten die letzte Perle ist und auch das Memento aufzufinden wird. Ah, da. Das sieht doch noch was aus. Da kann man nichts mehr machen, River. Ich bin sicher, es war keine Absicht. Komm schon, wir kommen zu spät. Warte mal, ist das... ein Hase? Was meinst du? Ist das der Ursprung der ganzen Papierhasen? Warum sollte sie sich an der Sache mit dem überfahrenen Tier dermaßen festbeißen? Vor allem erst so viele Jahre danach. Was fragst du mich? Du bist hier die einzige Frau. Davon werde ich erst überzeugt sein, wenn du dich traust, einen Bungee-Sprung ohne Seil zu machen. Okay. Bing! Notiz, toder Hase. An Johnnys und Rivers Hochzeitstag wurde ein Hase überfahren. Hm. Ich mein... Als jemand, der sehr viele Tiere schon in seinem Leben, also Haustiere hauptsächlich, hat, äh... Ich sag mal, davon scheiden sehen. Kann ich sagen, dass eine emotionale Bindung zu einem Tier halt eine ganz andere ist als zu einem Mensch. Und deshalb ist es super, super, super heftig sein kann. Aber sie kannte diesen Hasen nicht. Laut der Aussage von John. Du weißt, dass das eine fantastische Hochzeit war, wenn das mit Mentor ein überfahrenes Tier ist. Ey. Vielleicht sah sie das als eine Metapher für die schreckliche Ehe. Und dann Jahre später fingen sie an Hasen zu falten, weil sie sich daran erinnerte, wie sehr das hier zum Himmel stank. Oder was weiß ich. Irgendwas ähnlich wichtig, tourisches. Cooles Story, Neil. Wupp. Armes Ding. Was ist das eigentlich heute mit den ganzen überfahrenen Tieren? Schaut mich nicht so an. Es riecht nach Bauernhof hier. Und nach überfahrenen Tieren. Lass uns zu den Geruchssimula... Lass uns den Geruchssimulator deaktivieren. Oder schleunigst von hier verschwinden. Hm. Hm. Pferd. Wow. Lass es sein. Was genau soll ich sein lassen? Und das weißt du. Ich soll es sein lassen, nicht auf diesem Pferd zu reiten? Wie alt bist du? Fünf? Okay. Ich werde auf keinen Fall nicht auf diesem Pferd reiten. Hüah. Na auf Zeit zu verschwenden, Neil. Oh Mist. Das ist nicht gut. Aha. Du doch was. Steh nicht so blöd in der Gegend rum. Hol mich hier runter. Verdammt. Das stand nicht in meiner Stellenbeschreibung. Yep. Das ist die Form von Sarkasmus, die ich liebe. Was haben wir für eine neue Notiz bekommen? Dr. Neil Watts, Dorftrottel. Ernsthaft? Ich glaube, das hier wird mein Thumbnail. Das wird sowas von mein Thumbnail, wenn ich daran denke. Weil, ach du heiliges Kanonenrohr. Das ist ja so genial. Also ich liebe das. Das ist genau mein Humor. Okay, dann wollen wir mal Dr. Neil Watts, Dorftrottel finden und von dem Hohen Ross runterholen. Oh, oder stattdessen sehen wir River und John. Ob das wirklich eine gute Idee ist? Sie kommt schon, klar. Sie macht das nicht zum ersten Mal. Aber sie ist bisher noch nie alleine geritten. Ich kann das. Ich bin kein Kind. Oh. River. Sie kann, dass sie eben eine Tiefi-Sau sieht. Worauf wartest du? Komm schon. Oh, guckt mal. Sie freut sich sogar. Hey, warte auf mich. Hm. Ich frage mich, ob Neil John von dem Pferd heruntergekommen ist. Eva. Ja, wir haben unsere Frage beantwortet bekommen. Das hier liegt 20% über meiner Belastungsgrenze. Was für ein Volltrottel. Wip. Zeit, das Pferd selber zu nehmen. Ach, zum Maiskolben damit. Yay. Feuer frei. Aber das ist cute. So, ich denke mal, ihr Austritt ist gleich vorbei. Doch nicht. Vermutlich passiert noch irgendeine Kleinigkeit. Und dann ist der Austritt vorbei. Ich bin selbst in meinem Leben nur als ganz kleiner Knirps mal auf dem Pferd gewesen. Keine Ahnung, da war ich sechs oder sieben. Daran kann ich mich noch erinnern ein bisschen. Aber das war auch wirklich alles, was ich zum Thema Reiten weiß. Beziehungsweise was ich damit verbinde. So, ich habe alle Perlen. Dr. Watts. Du kannst gerne runterfallen. Sehr schön. Ich danke dir. Arts. Wo bist du gelandet? Wo zum Henker bist du gelandet? Ich finde ihn nicht. Na gut. Wir haben Dr. Watts verloren. Schade aber auch. Gleichzeitig haben wir auch River und John aus den Augen verloren. Das ist tatsächlich ein bisschen schlimmer. Ah. River gefunden. Und wir haben auch Dr. Watts gefunden. Und das Memento. Das sieht so wild aus. Kling. Dr. Watts hat ja jetzt effektiv gar nichts mitbekommen von dem, was hier passiert ist. Ich bin derzeit ziemlich gut in diesen Rätsel. Dafür, dass ich zu Beginn der Folge, beziehungsweise zu Beginn des vorherigen Parts ziemlich reingefeuert habe. Habe ich mich ja ganz schön gemausert, würde ich sagen, ne? Oh, jetzt erfahren wir wahrscheinlich, was die Krankheit ist. Na, bin ich mal gespannt. Die Diagnose steht fest? Ja, wir sind uns einig, was die Ergebnisse angeht. Leider, und dieses Schicksal teilen Sie mit vielen Menschen, die von einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung betroffen sind, kommt die Diagnose spät. Hätten Sie davon schon gewusst, als Sie noch klein waren, hätte es Ihnen vieles ersparen können. Haben Sie irgendwelche Bücher darüber? Dieses hier ist von Tony Edward. Er ist eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Sie können das erstmal ausleihen, kostenlos. Brennen Sie uns nur nicht damit durch. Danke, Doc. Nun, sind Sie beide ein Paar? Unverheiratet und ohne sonstige rechtliche Bindung. Ja, ich verstehe. Nun, ich könnte Sie an einen spezialisierten Therapeuten überweisen, wenn Sie das möchten. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten in Ihrer Beziehung? Nein. Und wie sehen Sie das? Nein, alles in Ordnung. Hm, da kamen so einen ersten großen Zweifel auf. Ja, okay, mal, Sie sollten das Buch ebenfalls lesen. Es wird Ihnen helfen, den Zustand Ihrer Partnerin zu verstehen. Ich lieber nicht. Da haben wir den Fehler. Da haben wir den Fehler, den John gemacht hat. Er hat sich nicht die Mühe gemacht, sich in seine Partnerin hineinzuversetzen. Das ist natürlich gar nicht... Hm, wieso nicht? Na gut, es ist Ihre Entscheidung. Für die vorläufige Behandlung gibt es die sogenannte Hippotherapie. Die könnte ihr helfen. Eine Range nördlich von hier bietet Sie an. Ich kann das in die Wege leiten. Oh, da kommt das mit dem Reiten her. Sehr schön. Ich hab's dir doch gesagt. Ja, schön. Dann gibt uns doch wenigstens jetzt endlich eine Betitelung. Tony Atwood. Ich mein, das ist ja schön, dass du es gesagt hast, aber... Eine einfache, gelb-braune Handtasche. Ein Plüsch-Nabeltier. Ich kann es nicht fassen, dass diese Scheußlichkeit schon so früh in den Erinnerungen auftaucht. Da hat jemand sein Plüsch-Tier wohl sehr sorgsam behandelt. Und hatte, was dir angeht, einen ziemlich miserablen Geschmack. Entschuldigen Sie, können Sie bitte die Uhr leise stellen? Sie kann das Ticken nicht gut ertragen. Oh! Ist nicht so schlimm, ich halt schon aus. Kein Problem, das mach ich gerne. Falls es noch etwas gibt, das Sie beunruhigt, sagen Sie mir einfach Bescheid. Ui, nice jump! Vielen Dank. Hm, das erklärt dann wohl die Uhren im Haus. Jep, das erklärt in der Tat die Uhren im Haus. Falls ihr euch nicht mehr erinnert, die Uhr in Johnnies Haus ticken nicht. Etwas, das River nicht leiden kann. Jetzt haben wir da die Verknüpfung. Lasst ihr eure Taschen gerne am Tresen stehen. Ah, ja. Nicht mehr lange. Sie werden dich gleich aufrufen. Lass uns noch die Notiz von Edward mal kurz ansehen. Der Autor einer Buchreihe über Rivers Störung. Hm. Wird natürlich auch nicht genannt, welcher es ist. Sie wollen wirklich eine riesige Geheimniskrämerei daraus machen. Vento vorbereiten, let's go. Die Uhr. der clock stop sticking forever at all so so und so easy ich wette hätte ich das vorher gewusst wie das funktioniert in den ersten part und hätte auch schon beziehungsweise im zweiten part war es glaube ich am zweiten part und hätte auch schon ein bisschen länger darüber nachgedacht über die einzelnen rätsel hätte ich die alle flowers machen können aber gut ich bin trotzdem fein damit hin und wieder mal einen kleinen glücks moment zu erleben so wie es aussieht landen wir in einem saal kino kino vermutlich wo genau an der timeline sind wir gerade ich weiß ich kann auch nicht glauben dass er für diesen film bezahlt hat nein du idiot wir sind gesprungen ja ist ein ziemlicher knirps heilige weichgekochte makaroni der bengel ist allein im kino wasser ein versager dr watts du gehst ständig allein ins kino das ist etwas anderes niemand ist kompetent genug mein geschmack zu verstehen aber das mal außen vor wie kann sich jemand diesen müll hier antun okay scheinbar will er sich diesen müll gar nicht antun muss er gestehen ich bin kein film fan deshalb kann ich das auch nicht wirklich nachvollziehen sich für einen film der einfach drei stunden lang ist alles heutzutage ins kino zu pflanzen in die sitze da ewig zu gammeln in den ersten fünf minuten das popcorn auf zu essen und sich dann denken oh ja das ist unterhaltung boom bombast und alles anne ne fühle ich nicht absolut nicht meins und daraus folgt dass der film aus der handlungsebene wie auch der meter ebene ein völliger reinfall ist quod era demonstrant und komm schon gehen wir was ach ja richtig und damit würde ich sagen wenn wir den part für heute was es mit dem kinobesuch auf sich hat erfahren wir dann beim nächsten mal und ich bin sehr gespannt darauf jetzt sind wir in der kindheit angekommen ich weiß gar nicht woher der große sprung kommt und wie das jetzt gerade zusammenhängt wir werden es herausfinden beim nächsten mal und bis dahin macht's gut